Prinz Harrys amerikanischer Traum mit Meghan Markle könnte geplatzt sein, da Donald Trump voraussichtlich wieder US-Präsident wird. Prinz Harry hegt möglicherweise tiefe Reue über eine Entscheidung, die möglicherweise seinen gesamten Lebensplan durcheinander bringen könnte, so der königliche Experte und Autor Tom Quinn. Der Herzog von Sussex, der 2020 mit seiner Frau Meghan Markle in die USA zog, nachdem er sich von seinen hochrangigen königlichen Pflichten zurückgezogen hatte, soll die Tage bereits lang und einsam finden. Sein amerikanischer Traum steht nun vor einer möglichen Zerstörung durch die Aussicht auf eine Rückkehr Donald Trumps als US-Präsident und eine von der Denkfabrik der Heritage Foundation angestrengte Klage. Die Klage folgt auf Harrys Eingeständnis des früheren Drogenkonsums in seinen aufschlussreichen Memwaren Spare. Bewerber müssen beim Ausfüllen des Formulars jegliche Drogenvergangenheit offenlegen. In seinen Memwaren berichtet Harry offen über seine Erfahrungen mit Zauberpilzen und Cannabis. In seiner Veröffentlichung Spare aus dem Jahr 2023 berichtet Harry von einem Erlebnis mit Zauberpilzen, ich starte auf den Mülleimer. Er starte zurück. Was? Starren. Dann wurde er. Ein Kopf. Ich trat aufs Pedal und der Kopf öffnete seinen Mund. Ein riesiges Grinsen. Die Denkfabrik hat Harry seitdem beschuldigt, in seinem Antrag über seinen früheren Drogenkonsum unehrlich gewesen zu sein und von einer Vorzugsbehandlung zu profitieren. Das Formular wird derzeit vom Washingtoner Richter Carl Nichols geprüft. Herr Quinn behauptete gegenüber dem Mira, Meghan und Harry suchten Rechtsbeistand, da sie befürchteten, dass ein Comeback von Donald Trump Harrys Aufenthaltsrecht in den USA aufgrund seiner früheren Eingeständnisse von Drogenkonsum gefährden könnte. Er erklärte, das Paar hat Rechtsbeistand in Anspruch genommen, weil sie ernsthaft besorgt sind, dass Harrys Visum widerrufen werden könnte, wenn Donald Trump die nächste Wahl gewinnt. Trump hat darauf bestanden, dass Harry aufgefordert werden könnte, das Land zu verlassen, wenn sich herausstellt, dass er in seinem Visumsantrag über seinen eingestandenen Drogenkonsum gelogen hat. Außerdem erklärte er, Harry dachte zunächst, dass ihm das unmöglich passieren könnte, da die normalen Regeln für einen königlichen Prinzen nicht gelten, aber ihm wird zunehmend klar, dass es in den Vereinigten Staaten nicht viel zählt, ein Prinz zu sein. Aber eines ist sicher, Harry bedauert zutiefst, dass er seinen Drogenkonsum jemals öffentlich gemacht hat. Er hätte nie gedacht, dass dies am Ende seinen gesamten Lebensplan gefährden könnte. Laut Herrn Quinn erlebt Harry jetzt ein Gefühl der Entfremdung in seinem amerikanischen Leben, wobei die anfängliche Aufregung nachlässt, während die Kritik zunimmt. Herr Quinn kommentierte, während seiner ersten sechs Monate in den Staaten fand Harry alles neu und aufregend, aber der Glamour lässt definitiv nach. Egal wie groß ihr Garten ist, und Harrys und Meghans Garten in Montecito ist riesig. Sie können nur so viel tun, wenn sie keine praktischen Fähigkeiten haben und immer Leute dafür bezahlt haben, für sie zu kochen, zu putzen und zu gärtnern. Harry hat nie diese praktischen Dinge getan, also findet er den Tag, nachdem er morgens mit dem Hund Gassi gegangen ist, lang und einsam. Meghan tut ihr Bestes, um Harry zu unterstützen, aber sie ist in ihrer natürlichen Umgebung und er befindet sich in einer seltsamen, unbekannten Welt, die zunehmend unfreundlicher wird.